So, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich diesmal Geschenke öffnen. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Summer gesehen, was ich bekommen habe, aber ich noch nicht. Ihr seht, wir haben die 1 noch da. Wir gehen noch direkt rüber. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Skin bekommt, oben rechts blende ich euch ein, wie ihr den Skin bekommen könnt. Einfach gern vorbeischauen. Alle, die komplett neu auf dem Kanal sind, gern Abo dalassen, Like dalassen. Glocke aktivieren wegen Custom Games, wegen den 20 Euro. Wie gesagt, zwischen Weihnachten und Silvester fangen wir damit weiter, also machen wir da weiter. Wenn du halt, wie gesagt, gern dabei sein willst, gern Abo dalassen, Glocke aktivieren. Dann, wenn du eine Skin-Verlosung mitmachen willst, gerne ebenfalls dasselbe. Gern auch eine Freundschaftsanfrage schicken. Ihr seht, wir haben hier noch 5 Stück offen. Die werde ich natürlich gleich noch annehmen, wenn ich fertig bin mit allem. Ich würde sagen, es lohnt sich, bei mir abonnenten zu sein. Öfters mal einen Livestream reingucken, deshalb auch die Glocke aktivieren. Auch wenn manchmal keine Nachrichten ankommen, wie gesagt, Insta habe ich natürlich auch. Gerne auch da vorbeischauen. Wir würden aber jetzt sagen, wir gehen einfach mal rüber, denn ich will wissen, was ich bekommen habe, beziehungsweise bekommen werde. So, erstmal gehen wir hin. Ab hier in die Geschwenkelkiste. Äh, ich habe die doch schon offen gehabt. Das hier ist schon offen und das ist offen. Was machen wir denn hier mit mir? Nehmen wir das. So, wir müssen E drücken. Komm, bitte was Schönes. Bitte was Schönes. Und. Ja. 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 Das ist natürlich wunderschön. Mal vollbild. Ja, ist natürlich nicht gerade das, was man sich so wünscht, aber hier noch ein schönes Äffchen-Banner. Aber, ja, ich sage immer so, für Geschenke ist es okay, aber Begeisterung sieht natürlich anders aus. Aber holen wir natürlich gern mit. Für umsonst. Warum nicht? So, das war es schon wieder mit den Geschenke öffnen. Warte mal gerade gucken. Aber das hier hatte ich doch schon offen. Wieso wird mir das nicht als offen angezeigt? Also komisch. Sind bei euch die Geschenke auch zu? Also meins hier ist wieder zu. Das hatte ich schon offen. Das hatte ich offen. Das habe ich als letztes geöffnet. Jetzt das. Hm. Naja. Schauen wir mal einfach mal. Wie gesagt, um 3 Uhr versuche ich wieder da zu sein. Bin weiter noch am Umziehen. Ein bisschen tapezieren. Ein bisschen streichen. Jeder kennt das. Wer schon mal einen Umzug mitgemacht hat, da ist genug Stress im Spiel. Und ich würde sagen, euch viel Glück bei den Geschenken. Ich denke mal, die Skins wird es erst geben an Weihnachten. Also da, ich glaube, hat schon irgendeiner einen Skin gekriegt? Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder hier mit dem Video. Euch natürlich auch viel Glück mit den Geschenken. Und ich denke mal, man sieht sich schneller als man gucken kann. Denn die Zeit, wir wissen alle, sie rennt. Und Entschuldigung für den Hall, aber hier steht nichts mehr drin. Außer mein Schreibtisch, mein Regal und mein PC. Also sonst ist hier nichts mehr drin in der Wohnung. Und in dem Sinne würde ich halt sagen, vergesst nicht ein Abo da zu lassen. Like das Video bitte. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Und ich sage ganz schön oft, ich würde mal sagen. Also, haut rein.